Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein Video zum Thema artgerechte Hundeerziehung. Und das beste Vorbild zur artgerechten Hundeerziehung sind, wie sollte es anders sein, die Hunde selbst. Zu diesem Zweck haben wir ein kleines Video aufgenommen, wie ein erwachsener Althund bei zwei heranwachsenden Dreikäse hoch Respekt einfordert. Viel Spaß beim Gucken, wir sehen uns am Ende nochmal. Vielen Dank. 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 Das war eindrucksvoll, nicht wahr? Und deshalb solltet ihr genau jetzt einen Daumen hoch hinterlassen und wenn ihr das noch nicht getan habt, diesen Kanal abonnieren. Wusstet ihr eigentlich, dass das Wort artgerecht ist, jeder, wirklich jeder kann darunter verstehen und definieren, was er möchte. Oder anders ausgedrückt, nicht jeder, der von artgerecht ist, was ich darunter verstehe, was ich darunter verstehe, habe ich in diesem Video gezeigt. Möchtest du noch mehr, wenn du jetzt noch mehr, dann hinterlassen, dann hinterlassen, dann hinterlassen, dann nimm dir, dann nimm dir Jango als Vorbild im Zusammenleben mit deinem eigenen Hund. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne, hab Spaß mit deinem Hund, knudelt ihn von mir, bis zum nächsten Mal.